Weiter geht's. Sehen die Farben komisch aus, oder ist das jetzt nur so ein Effekt? Schauen wir mal. Ich will erst hier gucken. Oh oh, oh oh. Es wird wieder creepy. Den Warthander habe ich heute wieder... Ah, Junge. Ist das ein Gesicht? Alter. Was war das denn? Was war das denn? Ich habe doch nur fokussiert. Alter. Ich habe immer mehr zu tun. Ich habe immer noch mehr zu tun. Ich habe immer noch ein anderes Ziel. Es ist zu viel Schmerz. Woher ziehst du mich, Schmerz? Achso. Ah. Wahrscheinlich war ich zu langsam. Ich muss... ...am Licht dranbleiben. Ja, 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 ja. Ich komme... Ich kann nicht schneller. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Da lang? Oh Gott. Schneller, 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 schneller. Ja, 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 ja. Lauf, Forrest, lauf. Lauf. Ich mag es nicht. Lauf, 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 Lauf. Lauf, 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 Lauf. Und jetzt werden sie dich töten. Ich kann gerade nicht gucken. Ich muss hier dranbleiben. Lese ich gleich. Eieieiei. Eieieiei. Eieiei. Es kann uns riechen. Es wird dich töten. Es ist nach uns. Es ist vor uns. Es gibt mehr davon. Ich kann sie... ... sie fühlen. Ich bin fast, ich bin fast. Eine Wiese gekauft. Ich bin fast, ey. Dann fühle ich sie. Wer sind sie? Wer sind sie? Oh. Oh, da hinten wird es hell. Da ist Licht. Elfstufen fehlen noch. Das ist das creepy, ey. Kungstiger. Oh Gott. Kungstiger. Das sagt mir gar nichts. Oh, hier. Ein Spalt. Ich mag Spalten. Sehr sogar. Du wirst immer mehr tun, so viele mehr zu töten. Ein wunderbarer Fuß. Jetzt, wenn du dich fährst, dann fährst du mehr Kreaturen. Schau, schau, schau. Wenn du dich fährst, sie werden dich verbrüllen. Schau, die Schäden, die dich lieben. Ein Tiger, zwei P mit ein paar Unterschieden. Ah, okay, okay. Du wirst nur Bons machen. Kann sie es machen? Ich mag es nicht. Ich muss drüber springen. Das Sound geht schon wieder ab, ne? Ich f*** ab. Ne, läuft. So, und dann alle Nicht-Abonnenten. Könnt ihr schon mal davor bereiten, dass gleich die Werbung startet. Aber wir sehen uns gleich wieder. Okay, wir müssen gucken. Alles klar, Zeus. Hau rein. Wir sehen uns am Wochenende. Ja, übrigens ist das hier natürlich, weil ich ja gesagt habe, wegen Raytracing, Pathtracing, dass es nicht vorhanden ist. Es ist nicht vorhanden tatsächlich, aber es ist halt eine Grafikdemo der Unreal Engine 5, sprich, Lumen wird hier benutzt, was eine Art von Raytracing ist, für die Beleuchtung. Aber es ist halt nicht das klassische Raytracing. Das war der Unterschied, der mir aufgefallen ist. Aber trotzdem ist das krass. Dann gehe ich erstmal dahin. Dann ist so bestimmt noch was versteckt. Vielleicht ist das dunkel. Ne, da geht es nicht weiter. Okay. Guck mal, nimm mal raus. Das ist helle. Hier ist... Oh. Was haben wir denn hier? Ah, eine Rune. Ja, und wir haben eine Ver... Ja, ich weiß, welche wir verpasst haben. Die haben wir gesehen, wo der Graben dazwischen war. Der letzte Test. Okay. Gucken wir mal. Da ist er wieder. Unser Freund. Dann. Ja. Der Tunnel, wartet um zu gehen. Sie braucht, um da zu gehen. Wie kann sie das tun? Wie kann sie das tun? Das Schaue. Da ist er. Das Feuer. Das Feuer. Einmal. Wieder. Was bedeutet das? Sie muss es wissen. Sie muss das wissen. Oh. Okay. Ah ja. bringt uns aber noch nicht sonderlich viel und da kann man kann ich da jetzt lang ok dann muss ich das noch mal noch mal nach oben katapultieren dann ist hier offen so machen wir hier mal magic willkommen zurück aus der werbung das ist die noch mal hier jetzt kann ich da immer noch nicht rüber aber hier kann ich weiter vielleicht was von hier ja 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 Oh, wir sind wieder zurück, ne? Ja, man lernt ja auch dazu, ne? Liebe abgefahrenen Stimmen. Also wir sagen, ich finde es ja krass, dass das jetzt alles hier läuft, ne? Also immer noch läuft. Der PC ist seit drei Tagen an, ne? Nach dem Stream, Videos geschnitten, hochgeladen, ähm... Dann wieder gestreamt, dann wieder Videos geschnitten, dann wieder gestreamt. Das ist schon verrückt. Das hätte ich mal mit dem alten PC machen sollen. Ich wäre sofort abgestürzt. So. Jetzt raus hier. Gucken wir mal, ob der durchkrabbeln kann. Ja. 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 Ich glaube, das war die längste Szene, ne? Durch diesen Untergrund durchzugehen. Um zu den... Ich weiß gar nicht, wie sie so heißen zu kommen. Das ist aber ein langes Loading Gate. Also ich bewege sie, ne? Also es ist keine Cutscene oder so. Aber natürlich wird es benutzt, um im Hintergrund die nächste Szenerie zu laden. Was ja super ist. Aber wenn es so lang ist, ey, wird es bestimmt geil aussehen. Gewaltig. Das ist schon eine Quälerei, ne? Für das arme Ding. Ich würde da nicht reingehen. Ja. 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 Das ist doch das Stück aus'n Trailer. Aus'n Gameplay-Trailer. Oh, das wird abgefahren jetzt. Was ist passiert? Was ist passiert? Es ist Zeit, um herauszufinden. Wie können wir es passieren? Es ist Zeit, um herauszufinden. Warum schauen Sie? Es ist Zeit, um herauszufinden. Was sind Sie für warten? Ich bin hier. Es ist jemand hier. Watching? Mehr als eine. Ich bin hier. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Was wollen Sie? Ich bin Angst. Das ist Duma. Die Augen, überall. Kann sie fühlen. Was soll sie tun? 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 Hier. Was soll sie tun? Was soll sie für Dunkelbach finden? Was soll sie das? Sie ist gerendet. Nicht mehr. Dann bin ich gespannt. Sie bereit sind zu etwas, was du hier finden? Was wir finden? Was, wenn es nur für nichts passiert? Was ist das? Da. 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 Es ist Sie. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. And feel... You're mine. Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. All the rage. Everything I've seen. Everything I've done. Has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them tell. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved. Those who have led to death. What are you becoming? You see things differently from the others. Look. And you will see her. By her name. You will know her. Nothing is born of nothing. We will show you. Look. In the first days. The air was sweet and fresh. The ground and the sea gave up their bounty. They knew that after all their fighting. They had found somewhere to rest. Somewhere to carve out the home. I was waiting for the season. I'm ready to surprise you. Hmm. When Askiya screamed her food. Her words blotted out the sun. Mhm. All their animals choked, their crops hithered in the ground, and the people with it too. The woman had to leave her home, go in search of food. But everywhere there was nothing. Where were their gods now? All had turned their backs, the terror of hunger, and the thirst drove the people to fury. Okay. This is the word of that kind. The weak lost all to the strong. It's always like that. With the weakest of all in her arms still she searched for a haven. But the darkness from the sky reached down. The flesh eating ones with the awful hunger that could never be saved were a legion. Iiii, Kannibalen. Was essen Kannibalen als Beilage? Kopfsalat? Mm-hmm. 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 She could not let the child live in such a world. So she brought her to a cave, where the hidden folk were set to live. Wer ist das Kind? Who would take her, child? And raise her free from you. Free from the darkness. She had nothing to feed her now, but her rage and despair. She made a deal. I will give myself to you, Askyah. If you will give me the power to triumph in this world you have created. Take my life. You can give me your death. What? What? Senna, Senna, help! The creatures, they're coming. They're coming. They're coming everywhere. You need to fight. It's not fair. It's her. It's her. It's you. I need the sword. Please, hurry. Make her give you the sword. Make her. I can't let them down. You need that sword. You are nothing without your sword. This is all I have. They're coming. I need the sword. Senna, now. There's no time. I need the sword. Please. Hurry, take it. She survived. 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 Without her sword. And now she has a back. Invested with her sacrifice. All her blood that might have spilled. All the death she might have died. A new sword. A new sword. And you, Senna, who can see the giant's truth. Yeah. TALIST Plus. No. No. It's my бок on now. No. We never know now. It's worse now. I will not realise de all this fight. I will not just have to do this fight. Do it! There we go. Never know.